Loll! Hallo? Der hat mich erst mal fett runtergezogen! Loll! Der... Der hat mich verhaftet! Loll! Alter! Oh! Der hat mich verhaftet! So, ich hab dir schon vorbein gesagt, und ich verstehe nicht, dass du einen Eingang mitnimmst. Wir sind gerade 50 gefahren. Wir sind hier gerade 50 angekommen. Das hab ich gesehen. Wer ist der? Ich werde dir das schönste Ticket ausstellen. Äh, um wieviel handelt es sich denn? Komm! Warte! 500, ja gut, das geht ja noch. Ach schön, ich muss 500, äh, abheben. Ah, das ist klar, auch Frau könnte sich noch freuen. Danke! Musst du jetzt erstmal fett wieder einen Vorausschein kaufen? Gerechtig, ich muss einen Vorausschein kaufen. Wie viel kostet es denn eine Bootslizenz? Was? Was? Du wurdest auch verhaftet? Nein, du wurdest verhaftet. Also, ja. Wie viel kostet es denn eine Bootslizenz? 1.000, oder? 1.000, oder? Lass mich mitfahren, mein Coach steht immer noch dahinten. Ja, ja, komm! Ja, ja, komm! Oh, was? Nein, steck auf! Ich mach zu schnell fahren! Warte! 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 Der, der sagte ja! Äh, Dingens, äh, ich hab ihm das schon öfters gesagt! Hat er ja auch! Der hat mir das einmal gesagt und dem dreimal! Ich bin der, der immer zu schwer gefahren ist! Ich hab sich eigentlich immer daran geheilt! Null! Ich bin der, der einfach rumrasst! Ey, ich hab kein Backpack, scheiße, egal! Besser drauf! Jetzt bin ich erstmal außerhalb vom Blickfeld! Also Vollgas geben! Flo fragt meine Polizisten, ob man irgendwas zum Fischen braucht! Ja, mach ich! Oh! Alter! Ah! Erstmal Channel wechseln! Entschuldigung! Entschuldigung! Gott! Gott! Kann ich mir bitte nützen! Ähm, ich hab ne Frage und zwar, äh, braucht man zum Fischen irgendwelche Utensilien, außer ein Boot? Wenn du fischen gehst, dann hast du automatisch... Oh, Alter, du hättest mich grad fast wieder überfahren! Ja! Äh, Michael, ich bin nochmal rein! Dann bedanke ich! Weil sie ne Angelroute brauchen! Ausrüstung an! Wenn er mal ausrörenden Wasser fällt im Kauf, dann könnten sie so ein Fliegen verlieren! Anker! Ja! Geno! Nicht mehr! So, okay, also der Polizist hat gesagt, man hat automatisch ein Netz, aber wenn man tauchen möchte, um andere Fische, Fischarten zu fangen, braucht man Taucherutensilien, da man sonst Leben verliert! Hahaha! Erstmal in dich reinfahren! Ja, gut, okay, dann... Hahaha! Scheiße, mein Tank ist kaputt! Hahaha! Wieso macht das für sein Auto kaputt? Ja, ich muss jetzt erstmal fett wieder zur Tank gefahren, das reparieren lassen! Ähm, äh, Flo, kommst du da ein Boot kaufen? Ja, ich kauf mir grad ne, äh, eine, äh, äh, Bootslizenz und dann bin ich sofort da! Boot kostet 7000, ne? 7500! Ja, gut! Mach mal lieber Licht an, wenn Nacht ist, ne? Ja, ist ne gute Idee! Ähm, ja, ne... Nicht, dass, nicht, dass wir da die Spasten kommen und meinen, äh, du licht nicht aus, ich verhafti, hafti dich! Mein Licht ist kaputt! Ja stimmt, was machst du dann, wenn dein Licht kaputt ist, wenn du dein Licht zerstört hast? Ich hab mein Licht, ich hab mein Licht zerstört, hat niemand was gesagt, ich bin ohne Licht sozusagen gefahren! Ich auch! Ich fahr grade ohne Licht, weil mein Licht kaputt ist! Ja! Ja! Komm zur Polizei! Äh, du schon wieder?! Was soll das denn eigentlich?! Ne! Flo? Ja? Hallo! Hallo! Wessen Quad steht hier bitte? Irgend so'n Typ steht da! Hallo! Ich kann das klauen! Hm, weiß ich nicht! Ich würd's nicht probieren! Ich würd's nicht probieren! Wir sind abgehauen! Raja, was? Hallo! Hast du das gehört, Flo? Also nicht mal den Side-Channel, äh, den Channel! Nee, halt nicht! Direct Communication! Da bin ich auch, mein ich doch! Hallo! 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 Hast du grad die Lichter kaputtgefahren? Du bist voll in dein Auto hier reingefahren! Ähm, Micha, Micha, nimmst du mal bitte'n Toolkit mit? Ja! Falls wir, äh, das Boot reparieren müssen! Oh! Falls wir das Boot reparieren müssen! Ich renne einfach mal rein, während du wieder fällst! Ich hab schon wieder Schaden bekommen! Ja, ne, wär echt geil, wenn du'n Dings mitnimmst! Und bezimm' dein Helftpaket! So! Ich hab Lockpicks! Leute, ich hab Lockpicks! Okay! Der Hamid ist hier! Hast du auch Dings dabei? Der Hamid ist hier! Der Hamid ist hier! Ich geh' mir den jetzt klauen! Mach das! Toll! Da geht's jetzt erstmal in Hamid jacken! Der ist da fett... Reingefahren! What? Was hat dir grad was gesagt? Jemand irgendwie? Hallo, hallo? Nein! Hat niemand! Auf Siteschannel wurde geredet! So! Ich geh' auch den Gorge! Mischa, auf jeden Fall nicht das Toolkit vergessen, ja? Hä? Ich kann meine... Ich kann mein Auto nicht reparieren! Ah! Jetzt! Hast du das Toolkit? Also extra Toolkit! Nicht nur für dich, ja? Für das Boot reparieren! Ja, ich hab' zwei dabei! Gut! Mehr konnte ich mir nicht leisten! Ja, ne, das ist nicht schlimm! Hauptsache du hast eins dabei! Falls das Boot kaputt geht oder sowas! Hier ist für euch mal jetzt'n Abgang! Ich will irgendwie demseln Scheiß-Hammet klauen, aber der sitzt da die ganze Zeit drin und wartet! Wartet, bis der geklaut wird! Ey, wie kann ich wieder auftauchen? Hallo! Einfach nach oben schwimmen! Nach oben schwimmen! Mach' ich! Versuch' ich! Ich seh' nichts! Du sollst ja nicht tauchen! Boah! Ich nicht! Aber ich bin dann der Leiter! Also! Ja gut! Hat sich erledigt! Oh man! Der sitzt da die ganze Zeit drinnen, um auf da drin zu hocken! Pissa! Sag' einfach so'n Schloss, während der da drin sitzt! Wo ist denn da Brust? Da probier' ich jetzt! Tim, das hast du jetzt gesagt! Oh! Scheiße! Da sind die Bullen! Scheiße! Da sind die Bullen! Weg hier! Weg hier! Tschüss! Hab' mich nicht gesehen! Doll! Ich hab' noch 52 live! So kann' ich mit auf das Boot drauf eigentlich? Weiß' ich nicht! Nein! Ah, nee! Ich fahr' jetzt mit 70! Wer ist da vorne mit dem Quad? Tim, bist du das? Nein! Wir sind beide im Wasser! Weiß' die Wand an! Ich hätte grad' fast hinten reingefahren! Kann' ich da auch drauf! Loll! Mit dem Boot? Kann man mit dem Boot fahren? Loll! Hallo! Warte halt' mal! Loll! Was hab' ich zumal gemacht? Loll! Loll! Aber nichts mehr! Ja! Alles so verschwommen! What the fuck? Ich- ich kann hier... Was mach' ich denn? Ich möchte jetzt hier kein Dropping-Fishing net! Boah! Geht mir doch richtig im Keks! Ne, guck' mal! Guck' mal! Guck' mal wie ich hier rumliege! Ich möchte einfach nur Boot fahren und was geht's dir! Ah! Es wird schön! Ah! Okay! Warte gar nicht jetzt rein! Warte! Ich bin gestorben! Oh ja! Weil du zu lange unter Wasser warst! Ist doch klar, dass du daneben verlierst! What the fuck? Ich wollte nicht mal unter Wasser eigentlich nicht! Doch! Warst du die ganze Zeit! What the fuck? Oh man! Micho, kannst du mich abholen? Nö! Ich bin jetzt auch gerade im Wasser! Oh man! Muss ich mir jetzt wieder ne Fahrlizenz kaufen? Nein! Weiß ich nicht! Hallo! Hallo Flo! Ja! Ich warte! Ah! Ich sitz dran! Loll! Ich sitz einfach! Ja ne! Geh mal als Passagier rein, bitte! Ja! Bin ich doch! Ne! Geh mal! Achso! Ist das Passagier? Ja! Ja! Geil! Also mehr wie 30 fahren wir auf jeden Fall nicht ne! Das ist voll nice! Warte mal auf mich! Ja wir fahren wieder zurück! Also mit mehr wie 25 kann man nicht fahren! Ja! Boah! Ich muss jetzt da so 600 Meter rennen! Ich glaub mir, da verliegst du voll schwul auf dem scheiß Boot drauf! Egal! Egal! Du fixt einfach das Schlauchteil! Loll! Wir sind bei mir gerade unter Wasser! Loll! Bei mir auch! Loll! Ich hab meine Lizenz behalten! Sonst hatte ich ja eh nix dabei! Äh! Flo kannst du irgendwie fischen oder so? Ne aber du kannst fischen! Nein kann ich nicht! Nicht? Oh! Jetzt bin ich abgesprungen! Als Passagier kann man fischen doch! Äh! Kann das nicht! Ich kann aussteigen und abspringen! Warte! Loll! Kein Polizeiauto da! Schade! Warte! Ähm! Zufall, dass hier sitzt! Vielleicht brauchst du die Schlüssel! Loll! Das kann ich jetzt auch nicht mehr! Ne da braucht man wahrscheinlich die extra! Ey! Geh mal vom Fahrer sitzt weg! Oh Mann! Das sieht voll schwul aus! Weil wir beide da drauf liegen! Wir müssen wahrscheinlich in die richtige Stelle! Und dann können wir mal Fishing-Netz! Richtige Stellung! Ach! Ich weiß! Vielleicht weil ich das Fishing-Netz schon ausgeschmissen habe aus Versehen vorhin! Ja wo hast du das ausgeschmissen? Ja hier beim Spawn muss man das irgendwie wieder einsammeln! Jol! Da steht der Typ rum immer! Also das ist ja so ein Händler! Mann bist du scheiße! Ja was weiß ich denn! Ich wusste nicht wie du ich eigentlich... Ich hab vergessen aufzuschließen vorher! Ich glaub das mit dem Fischen war ne Schnapsidee oder? Ja glaub ich auch! Heil mich schon! Hey was denn? Ja lass mal Fischen gehen! Keine Ahnung wie das geht! B des hell's n幅 sind die von drei Wo kann man Fischen haben? Jetzt kommt einfach... Jetzt kommt einfach... Wetten wir gleich die Antwort im Meer! Wecket mal die Antwort gleich die Antwort! Ist stimmt! Es ist hier echt dauerhafter Server, einfach komplett voll. Ich hab die Mechanik. Nein. Doch. Warte mal mit dem bitte. Warte mal! Lasst mich den Motor aus. Wollte ich lieber Äpfel pflücken gehen? Ich möchte... In 10 Minuten Leute, da ist mein Armer fertig. Ey, bleibt bald stehen! Ich will Äpfel pflücken. Willst du mich verarschen? Bleib halt stehen, du bringst mich um. Nein, wir werden jetzt gleich einmal dreißen. Ey, bleibst du jetzt mal stehen? Mach den Motor aus. Ich bin zu dämlich, um das anzuhalten. Ja, hab ich schon gemerkt. Hallo, ich bin fast da. Noch 6 Minuten. Hallo, 6 Minuten, seit schnellerer 6 Minuten. Ja. Hallo Tim. Hallo. Ich hab so verkackte Fliegen in meinem Zimmer, ich könnte einfach erklären. Warte, so muss ich da mal Leiter rein, dass ich nicht kann aufhören, oder kann ich einfach reinjumpen? Ja. Mischo, wie bist du? Mischo, so hab ich dich gern, bist du reingejumped, oder? Die fliegt, gammeln einfach mein Fenster und flieg nicht raus. Hallo? Hier seh ich kein Fishing-Net. Aber wahrscheinlich, ich hab das Shoppen vielleicht auch, äh, Dings. Müssen wir gucken, da wo Fische sind. Los, tauch lieber auf, Alter. Ich bin aufgetaucht. Ja, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich aufgetaucht bin, oder nicht? Ja, dann geh doch in die First-Person-Perspektive. Ja, wie, ich kann, ah, jetzt, okay. Ich bleib halt mal stehen. Und geh mal bitte auf Passionser. Kann ich nicht. Wie, ja, weil ich, weil ich auch aufsperren muss. Bleibt doch stehen! Nicht fahren! Nicht fahren! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wartet auf den Opa-Boss! Noch 5,5 Minuten? Alter, das stimmt. Der Boot ist gerade voll runtergesackt. Oh, als Passagier! Ja! Guck mal, Tim, das sieht voll schwul aus. Hahaha. Oh, yeah. Look at my ass. Hahaha. Oh, yeah. Look at my ass. Hahaha. Hahaha. Auf und davon! Scheiß jemand an! Ich bin ausgestürzt. Hahaha. Hahaha. Alter, warte! Du überfährst mich gleich! Naja, nee, ich war am besten hier Engine. So. Warte! Ich warte doch! 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 Lol! Oh Mann, jetzt bleibt nochmal stehen! Ja, das geht nicht! Hahaha. Hand treiben Sie! Ja, ich hab's geschafft! Okay. Hahaha. Fahr noch mal ein bisschen raus. Kein Problem, sagste. Also so Fishing-Sohns gibt's hier nicht, ne? Fahr noch mal ein bisschen raus, würde ich sagen. So. Dann guckt er mal. Könnt ihr irgendwie jetzt, äh, was auswerfen oder so? Nee, ich kann aussteigen und abspringen. Kein Fishing, nicht? Ja, aber aussteigen und abspringen. Lol. Dann hab ich das vorhin schon verbraucht, oder was? Noch vier Minuten, meine Fresse! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gibt's ja auch irgendwo ne Garage dafür? Boot Garage? Ja, hat's. Wo denn? Noch drei Minuten. Dreieinhalb Minuten. Äh, dafür, dass wir wieder Kokain holen gehen. Ja, ich auch. Äh, herum meine ich. Aber nicht auf diesen Server. Ohm. Hier machst du zu wenig Cash. Ja, dann geh ich mal kurz neben gucken, ob der andere Sau da an ist. Ja. Ja. Oder wir gehen jetzt einfach Heroin holen. Ja, ist wieder online. Okay, komm wir. Okay, komm wir. Ich guck nur kurz... Oh, abbrechen, oder? Wo kann ich? Nein. Seid ihr wieder da? Rot. Okay. Äh, wenn du dich ausloggst, äh, wird das automatisch in die Graf ausgestellt. Achso. Also natürlich auch. Okay, äh, müssen wir nicht ausloggen? Ja, du kannst mir jetzt schon noch. Okay. Ja, ich bin mal jetzt. Beide hier drauf, ne? Achso, ja. Seid ihr halt disconnected, okay.